ich hoffe ihr habt es verstanden wir werden es einfach mal testen scharflappenschützengewehr ok janik ist schon mal im finale so die anderen vier die gerade dran waren go 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 rein da es waren vier es waren vier ok du warst dabei ja alles über dabei cj war dabei abdul war abdul dabei weiß ich nicht er kann sein dass der eine gerade nicht so jetzt haben wir auch unsere ruhe ganz okay wir spielen das gerade gleich von gerade wenn ich eine waffe sage müsste die ziehen zum beispiel wir machen einen test nicht schießen einfach die waffe ziehen wie schnell das geht maschinenpistole mp dann müssen ins interaktionsmenü und sofort ziehen und schießen ja ok so packt die waffe wieder weg gesagt nämlich was anderes eventuell pump gun und dann dürfte sofort schießen rollen ist verboten ok cj kann je nein 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 das ist da ist noch einer ok warte 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 ich habe es jetzt nicht gesehen ich habe gesehen dass cj sich gedreht hat dort ich glaube ich auch einmal gedreht alles so oder wenn nicht zweit mal nach oben was sie gedreht ok cj gegen alessio faustkampf leute drehen ist verboten verdammt nochmal da rast sich vollkommen aus da ziehe ich meinen hammer und auch wieder benner wegen euch was willst schon wieder auf die schnauze pass mal auf ja ok ja wie böse hier hast du böse tötet benner deinen letzten worte sauber geht ja schulter und jetzt geht allerdings ab ok die beiden finalisten faustkampf in 321 jetzt feit carl johnson gegen alessio best wo der ist ausgewichen hat man gesehen oder steht da hinten und karl johnson ist weiter so damit du volles leben hast janik janik schon mal in die mitte carl johnson kommt auch gleich werde ich dann jetzt angeschossen naja janik das gleiche recht auch für dich volles leben auf wiedersehen ey der junge der versteht das nicht ne so kommen das dritte mal heißt es auf wiedersehen komplett so cj carl johnson ja da oben der du kommst in den himmel wenn du drauf gehst dafür sorge ich hier wo ist denn janik so ein moment janik einmal untersuchen keine stichwaffen dabei gar nichts alles klar so was will der denn hier verzieh dich pfui 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 ok leute das wird jetzt extrem pass auf mein tipp ist es ist ganz links etwas wenn ihr keine munition habt kauft sie schnell ganz links eine waffe davon ich hatte sie gerade eventuell in der hand vielleicht hat alessio die auch gerade in der hand so hört genau zu sobald ich das sage dürfte in mich schießen rach pfl pfui ich bin die w place bewegt jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los rettet eure autos janik muss nicht viel bezahlen the dead 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 down banana ups Boah, du schießt mich an. Warum schießt du mich denn an? Das hast du nur davon. Schau dich mal an, wie du jetzt aussiehst. Schweizer Käse-Benner. Oh, jetzt ist sie weg. Oh, Janik, musst du jetzt 70.000 bezahlen? Das geht so nicht. So, warte mal. So, soweit die nächsten Events kommen, machen wir das. Und dann spenden wir Janik mal ein bisschen was. Wem uns hat er 70.000 verloren. Okay, Leute. Jetzt gibt es ein Projekt, was wir so noch nie gemacht haben. Wir müssen erstmal rüber nach Los Santos. Oh, finde ein Auto. Okay. Rückwärts fahren. Auto, ruft eure eigenen Fahrzeuge. Wir haben jetzt eine Mission. Wir machen das mal für Janik. Janik kriegt das ganze Ge... Äh... 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 Banner möchte Beef. Banner möchte Beef. Banner möchte Banner. Banner möchte Beef. Beef, beef. Kriegt sie aber nicht. So. Wo ist denn mein Auto jetzt? Banner, please. Mein Auto ist nicht da wegen dir. Hallo. Wo ist denn? Mein Auto ist weg. Toll. Ich wollte es gerade nämlich rufen Und es ist komplett weg Jetzt kann ich Janik kein Gatten geben So mal gucken Weil diese Herausforderung meistern wird Ihr könnt auch woanders fahren Rückwärts fahren heißt die Herausforderung Mein Auto ist nicht da Fuck ey Jetzt ist es komplett verschwunden Dann fresse ich den Besen Jetzt heißt es auch Du kannst keine Autos bestellen Banner macht alles kaputt Banner macht alles kaputt Was nehmen wir denn Zentorno Geht mal her Ja nächste Lieferung ist erst in 3 Minuten möglich Leck mich Du Mechaniker Wofür kriegst du denn Geld Ist ja gar nichts Ja ups Egal wir haben noch 1 Minute 15 Zeit Was Ne bleibt bei deinem Auto Nicht mir Geld geben Janik kriegt Geld Janik hat gewonnen Janik ist Champion Ich glaube das machen wir in der Zukunft öfter so Wenn es sofort dahinter Dings gibt Janik Guck mal gleich Bitte Leer mal dein Bargeld Ich glaube du kriegst das auch alles Ne du kriegst das auf die Bank überwiesen Schau mal dein Geld an Wie viel du hast Mal gucken wie viel du danach bekommst Ich bin gespannt So Was nehmen wir denn hier Im Passiv Modus fahren bringt nichts Also nicht probieren Aber Nehmen wir den hier So Das passiert wenn man Frech ist Ich weiß nicht wen oder was die meint Wer oder was soll denn Frech sein Frech Haltefolie Wie schnell Jetzt können wir noch Kopfgeld Janik das ist alles nur für dich Alles nur für Janik Der wird selber erster So mal gucken Ich meine wir sind schon gut dabei oder Wo sind wir denn 14. Ja Das ist scheiße gut dabei Bennat Nur wegen dir Wir haben keine Kamera Wir haben keine Sicht nach hinten meine ich Entschuldigung Dann So kann man zurück in die Zukunft fahren Aber komm 2000 Meter sind dort drin oder Wie was denn ey Wie geht mein Geld Sag ich gleich Jetzt fahre ich hier mit so Keine Ahnung Dubstar was das Ich weiß noch nicht mal wie die Karre ist Sieht man gar nicht mehr Ne Karim Rebell Verschrottet Aus welchem Grund auch immer So kein Unfall bauen Elfter Jetzt müssen wir einfach hoffen Dass die anderen irgendwelche Probleme haben Oh nein Mein Auto ist viel zu schnell Wir sind so schnell Wir sind so schnell Dass wir uns ganze Zeit Unendlich mal um die Welt bewegen Und es sieht immer aus Als ob wir an einer Stelle sind Und uns nur minimal vorwärts bewegen Rückwärts in diesem Fall Entschuldigung 2.000 Meter Schnellers Peders Okay Janik Alles nur für Janik Janik ist selber Auf dem ersten Platz gerade Was für ein Schwein So wieviel sind wir jetzt gerade Neunter GTR Ist cool Ist von uns 2.900 Hat der Ich hoffe man nicht Der 1 Wir werden neunter bleiben Du kannst Remix Auf uns nicht einholen Remix Remix Aber der ist schneller als wir Rückwärts Der ist schneller als wir rückwärts Das Ding ist halt Wenn du dein Fahrzeug jetzt wechseln würdest Wird das gar nicht mehr hier zählen Da kommt ein Zentone Erstmal ein bisschen ranfahren Hier Ha Der hat einen gebaut Ha 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 Sauber So Gar hat uns auch überholt Lukas Remix Oh der kommt immer näher Der kommt immer näher Der Typ Das sieht schlecht aus Sagen wir fahren mal Offroad Und wir sind ein bisschen schneller unterwegs Baum 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 Oh Oh Zählt das Nein Okay Draußen Unser Zentorno Wer ist Vorwärts Rückwärts Genauso schnell gefallen Wie der hier Vorwärts Fährt Was macht ihr da Okay Leute So Tausend Dann gibt ihr den 100% Von mir aus auch 80 90 Auf jeden Fall Über 50% Der Arme hat leider wegen uns viel verloren Und der ist der Champion Der wird jetzt mal dieses Mal so belohnt Ende im Gelände Das war es wieder mit einer weiteren Folge von GTA 5 Online auf der Playstation 4 Nicht vergessen am Tag erscheinen immer zwei Folgen um 9 Uhr und 13 Uhr und wenn ihr nicht genug habt schaut einfach euch die Playlist an dort gibt es drei Stück Playstation 3 die Anfänge Playstation 4 die Anfänge und dann ab Folge 1200 gibt es noch eine Playlist Und ansonsten sage ich einen schönen Tag noch guten Morgen gute Nacht und tschüss Und dann sagen wir uns Was ist